Ja, hallo, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. OpenAI hat ein neues Feature für ChatGPT veröffentlicht, und zwar das sogenannte Canvas-Feature. Was das ist und warum das so cool ist, das schauen wir uns jetzt mal gleich nach dem Intro an. Ja, ein brandneues Feature bei ChatGPT, genannt Canvas. Du kennst es vielleicht, wenn du mit ChatGPT längere Texte bearbeitest oder auch längeren Code zum Beispiel entwickelst. Auch das geht ja. Hast du manchmal das Problem, dass vielleicht so 80, 85 Prozent des generierten Ergebnisses gut sind, aber hier an der Stelle stimmt was nicht, da ist die Formulierung vielleicht blöd, hier ist vielleicht eine Codezeile falsch. Und es war mal ein bisschen schwer, dann zu sagen, hier an der Stelle bitte nur das verändern und so weiter. Das geht schon, aber es war halt immer ein bisschen fummelig sozusagen. Und mit diesem neuen Canvas-Feature ist das jetzt brutal einfach sozusagen, und das schauen wir uns direkt mal an. Wir gehen mal auf meinen Bildschirm. Ich habe hier auch mal den Blogartikel von OpenAI direkt geöffnet. Den verlinke ich dir natürlich beim Video, da kannst du dir jetzt auch nochmal durchlesen, um was es genau geht. Und wir gehen einfach mal direkt in ChatGPT rein, und du kannst das momentan als Beta auswählen. Das ist momentan auch nur für Plus-User, glaube ich, und Enterprise, glaube ich, zur Verfügung. Ich weiß nicht genau, steht im Blogartikel. Wenn du das hast, findest du das hier bei dieser Modellauswahl hier, und momentan ist das hier GPT-4O with Canvas. Momentan noch im Beta-Stadium, wenn es aus dem Beta draußen ist, soll es auch langsam an alle Konten verteilt werden. Ich wähle das hier also mal aus und werde jetzt mal einfach einen Prompt einfügen. Und zwar, ich habe mir da mal einen Prompt entwickelt. Den füge ich jetzt mal hier ein. Mit dem, oder den nutze ich ab und zu, um mein Forum zu promoten. Ich lasse mir einfach Social-Media-Posts erstellen. Das sind ziemlich detaillierte Anweisungen. Wir können auch mal sagen, welche Copywriting-Methode hier genutzt werden soll. Nehmen wir vielleicht mal PHS-Methode. Ich variiere da gerne ein bisschen. Und ja, lass mir einfach mal jetzt die Texte hier erstellen, die Social-Media-Posts. So, und jetzt siehst du schon, das sieht ein bisschen anders aus. Auf einmal ist mein Prompt hier links. Auch der Chat-Bereich ist jetzt hier links. Und hier rechts ist jetzt dieses Canvas. Das ist jetzt meine Leinwand, auf der ich arbeiten kann quasi. Er hat jetzt hier erst mal die Texte geschrieben. Das sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Und jetzt ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, okay, an der einen Stelle, da gefällt mir vielleicht die Formulierung nicht. Oder da stimmt vielleicht ein Fakt nicht und so weiter. Und bisher war es so, du musstest dann sagen, ja, hier im LinkedIn-Post bitte den zweiten Absatz nochmal neu formulieren. Macht es ein bisschen lustiger, ein bisschen ernster. Oder dieser Fakt stimmt nicht. Ich schreibe das bitte anders und so weiter. Und das geht jetzt sehr viel einfacher. Jetzt können wir nämlich direkt hier in diesem Dokument arbeiten. Und da gibt es mehrere Methoden. Wir können zum Beispiel Text markieren und den überarbeiten lassen. Ich kann zum Beispiel diesen Text jetzt hier markieren. Und jetzt taucht hier, ja, dieser Dialog auf. Ich kann den Text sogar hier jetzt formatieren. Oder ich kann eben hier Ask Chat GPT anklicken. Dann öffnet sich ein Eingabefenster. Und ich kann jetzt hier ein Prompt eingeben. Ich kann jetzt eine Frage stellen. Ich kann aber auch Anweisungen geben. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, starte den Post mit einer provokanten Frage zum Beispiel. Enter. Und jetzt tut er nur diesen markierten Bereich umschreiben. Ich erhalte dann hier links noch eine Erklärung, was ihr jetzt da gemacht habt. Und er hat jetzt daraus gemacht, warum gibt es eigentlich so wenig echten Austausch bei Typo 3 Fragen. Naja, gut, das stimmt jetzt nicht ganz, aber es sollte ja eine provokante Frage werden. Aber du siehst schon, worauf ich hinaus will. Du kannst hier einzelne Zeilen markieren. Du kannst natürlich auch komplette Absätze oder größere Bereiche markieren. Und dann hier mit Chat GPT daran arbeiten. Das Ganze geht natürlich auch mehrfach. Ach, ich könnte das jetzt wieder markieren und eine andere Anweisung geben. Wir sehen hier rechts auch einen Button. Das ist auch sehr cool. Hier können wir nämlich auch nochmal diverse Aktionen vornehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, add emojis. Kriege ich das an, dann wählen jetzt im gesamten Text hier eben. Das werden wir jetzt gleich sehen. Emojis zum Beispiel hinzugefügt. Gerade bei Social Media ist das eigentlich ganz okay. Ja, gerade auf Instagram oder ja auch LinkedIn teilweise arbeitet man eigentlich gern mit Emojis. Da passt das sogar. Kann das auch hier drüben rückgängig machen. Kann zur vorhergehenden Version zurück wechseln. Das sehe ich jetzt dann hier. Ja, kann einfach zu einer vorhergehenden Version wechseln. Kann jetzt das hier auch markieren und sagen, mach das mal ein bisschen länger zum Beispiel hier. Oder shorter, also kürzer oder länger oder sehr viel länger. Gucken wir mal, was passiert. Er markiert das und macht jetzt diesen Post länger. Muss man jetzt natürlich gucken, ob das hier stimmt, was da steht. Aber du siehst, du kannst hier jetzt sehr interaktiv arbeiten. Du kannst also hier Bereiche markieren und diese Aktionen hier anwenden. Da gibt es dann auch zum Beispiel den Reading Level, also den Schwierigkeitsgrad. Du kannst das Ganze ein bisschen polieren oder eben Emojis hinzufügen. Oder wenn du keinen Text markierst, dann bezieht sich das eben auf den gesamten Text oder auf das gesamte Dokument. Ich kann auch mal das jetzt hier eben nochmal markieren und zack, dann hier den Reading Level. Den machen wir mal. Ja, Kindergarten, Mittelschule, High School, College sind jetzt natürlich amerikanische Schularten, aber das ist ja relativ egal. Machen wir mal Kindergarten zum Beispiel. Und jetzt sollte er das so formulieren, dass das ein Kindergartenkind versteht. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Hey du, der Community Hub ist da. Ich kann es Fragen stellen, du Tipps bekommen. Mit anderen sprechen die Typo3 auch mögen. Ja, okay. Also ihr seht schon, muss man halt gucken, ob es passt. Aber ich finde das ziemlich cool. Und vor allem, wir können jetzt halt hier interaktiv in dem Dokument arbeiten. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Code, wenn du den Code entwickeln lässt und so weiter. Das Ganze können wir uns dann hier kopieren. Dann wird das in die Zwischenablage übertragen, das ganze Dokument. Ich kann das eben auch schließen. Dann bin ich hier wieder in der Standardansicht und du siehst, ich kann auch hier in diesem Canvas sozusagen arbeiten oder kann das dann auch wieder begrößern hier und weiterarbeiten. Also eigentlich auch sehr cool. Ansonsten hast du natürlich genauso die Standardfunktionen, dass du hier einen neuen Chat starten kannst und so weiter. Ich kann auch hier oben nochmal klicken, dann öffnet sich auch dieses Canvas wieder. Ja, ich finde, das ist ein sehr cooles Feature. Das kannte ich so bisher nur von Neuroflash zum Beispiel. Die bieten ja sowas ähnliches schon seit längerem an. Cloud AI, ja, hat sowas wie Artefacts. Das ist so ein bisschen ähnlich teilweise. Aber dieses interaktiv im Dokument halt arbeiten, das finde ich schon sehr cool. Man muss ja die Texte sowieso immer überarbeiten. Du kannst einen Text selten im ersten Anlauf eins zu eins verwenden. Und entweder man muss dann manuell nochmal rangehen oder man kann eben gezielt jetzt hier sagen, hey, den Abschnitt nochmal neu schreiben, verändern, verbessern, Informationen ergänzen. Du kannst natürlich auch Informationen ergänzen, die du vielleicht in deinem ersten Prompt vergessen hast. Also finde ich ziemlich cool. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du von der Sache hältst. Hast du dieses Feature schon? Das wird wohl nach und nach jetzt ausgerollt. Ich war überrascht, dass ich es tatsächlich schon hatte, am gleichen Abend, wo die News-Meldung rauskam. Und hast du es schon ausprobiert? Lass mich gerne mal deine Meinung dazu wissen, wie du das nutzt, was du davon hältst. Schreib das gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst, den Kanal abonnierst und gelegentlich hier vorbeischaust, um keine neuen Videos zu verpassen. In dem Sinn, wir sehen uns. Bis demnächst.